Willkommen zurück zu GTA 4. Hey, Moment, Moment, ich bin ein Lord, ja? Also, hier. So geht's nicht, Manni. Oh, come on. Oh, come on. Oh, jeez. We need to go bust somebody, Mann. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, Mann. All right, Mann, yo, listen, can you shut this door? Where are they? They're gonna be coming in on the L-Train, Mann. From Algonquin to Dukes, Mann. Hey, I owe you. Algonquin heißt der Stadtteil. Alles klar. See that, Mann? See that, Mann? That is street right there, Mann? I'm under this shit. Hey, ein Stadtteil, oder was? Also, mein Lieblingsstadtteil heißt doch nicht, äh, Algonquin, oder? Ja, doch. Heißt's. Aber nicht. Oder, nee. Ach, Mann. Hehe. Zu viele Namen! Ich seh da unten grad bei der Minimap ein Nachrichtensymbol. Taxi sind zu teuer, du sollst ja kein Geld vergeuden. Ruf mich an, wenn ich dir einen Fahrer schicken soll. Alles klar. Weiße noch mal ne Erinnerung, dass wir kostenlos ein Taxi bei ihm anrufen können, jetzt wo er sein Taxiunternehmen zurück hat. Das werden wir sicherlich auch irgendwann mal annehmen, das Angebot. Ah, jetzt. Oha, das Auto sieht aber mitgenommen aus. Also nicht im Sinne von gestohlen, ne? Es qualmt schon leicht. Bitteschön, Dankeschön. Aber bei Nacht sieht die Stadt auch schön aus. Wenn's nicht regnet. Oh. We get alive, blödes Gebäude. Ich guck nie wieder in die Richtung, nie wieder. Ich guck nur noch nach vorne. Ich guck nur noch so jetzt hier. Damit lässt sich auch gut fahren, da sieht man hundertprozentig alles was vor einem ist. Ah, Hilfe! Oh, nö. Da, ich komm ins Schlingern. So, alles okay. Ein bisschen mit der Bremse gespielt und schon klappt es. Ich werd hier noch zu nem 1a Fahrer. Ihr werdet's schon sehen. Oder auch nicht. Ich fahr gerne schnell und brutal. Zack! So, neues Auto wär aber auch mal angebracht. Aussteigen, sofort raus, zack. Steig raus, weg. Husch! Hau ab! Danke! So, die sollen über irgendeine Brücke kommen. Also denke ich mal, sind wir auch nicht mehr so weit entfernt von unserem Zielort. Und da ist er auch schon. Dass ich immer recht habe. Es ist beinahe schon lästig. So, legen wir los. Das ist aber ne hübsche Brücke. Gefällt mir. So, die Zielpersonen sind in diesem Zug. Folge dem Zug und schalte sie aus, wenn sie aussteigen. Yay! Eine Zugverfolgung. Das hatten wir auch noch nicht. Entschuldigung. Halte-Feststelltaste gedrückt, um die Kamera auf den Zug zu konzentrieren. Okay, das probieren wir gleich mal aus. Aber vorher muss ich wieder nach vorne, weil ich wegen dem Lesen jetzt irgendwo reingefahren bin mal wieder. Wir fahren hier einfach mal schick geradeaus. Alles klar, da ist der Zug. So. Aha! Ah! Feststelltaste ist nicht gut. Da verliert man den Zug. Das war ne ganz miese Masche. Also lassen wir das lieber mit der Feststelltaste und konzentrieren uns darauf, weg den Zug zu folgen. Obwohl einmal will ich es noch machen. Also wenn man direkt unter dem Zug ist, ist das ganz lustig. Oder auch nicht. Ah, hier muss der Zug abbiegen. Also wir auch! Entschuldigung, Telefon. Ich frag mich, wie lange wir den jetzt verfolgen müssen. Ah! Das ist nicht gut. Okay, Zeit für eine Abkürzung. Quer fällt ein. Ah! Entschuldigung, was reparierst du auch dein Auto oder machst du was am Kofferraum hier? Es ist dunkel, da geht man nach Hause und schläft. Das war schon im Mittelalter so. Wenn es dunkel war, hat man geschlafen. Geh mal bitte zur Seite, Polizist. Danke. Boah, ich habe aber auch ein ausgesprochen schlechtes Auto für so eine Verfolgung gewählt. Ja, ist klar. Ich habe dich doch kaum angerührt. Die Ziele haben den Zug verlassen. Okay, jetzt wird es ernst. Wo ist meine Schrotflinte? Die kralle ich mir. Die hole ich mir. So schnell geht's. Jetzt müssen wir abhauen. Das ging ja mal wirklich schnell. So, Money anrufen. Lol, die rennen nicht echt über die Gleise. Wenn jetzt der Zug von der anderen Seite kommt. So wie jetzt. Achtung, 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 Achtung. Klatsch. Hahaha. Sehr gut. So, und ich würde sagen, wir sind gerade mal hier. Geh weg. Da könnten wir auch... Ah, aber die Frage ist, können wir jetzt noch Taximissionen für Roman machen, wenn wir an die Autos nicht mehr rankommen? Telefonbuch. Roman. Ne, also... Die Mission können wir nicht mehr machen, weil das Taxi-Unternehmen weg ist und wir an die Autos damit nicht mehr rankommen. Machen wir halt bei Lil Jacob einen Job. Ich habe jetzt gerade Lust auf eine kleine Nebenmission. All right, man. I need some money. Do you and Batman have any product that needs delivering? Ah, ne, come Simon. The last one. Dann nicht. Dann machen wir halt ganz was anderes. Passt auf. Wir haben uns ein Polizeiauto. Wir haben doch noch ein paar Mais gesucht, die hier in der Ecke. Ich muss jetzt nur an ein Polizeiauto kommen. Wo ist denn das ehemalige Versteck? Ach, das ist gar nicht so weit weg. Boah. Unbekannt. Wer ist unbekannt? Nico, wir treffen uns am Ende des Piers bei der Castle Gardens. Bei den Castle Gardens. Alles klar. Ein unbekannter Kontakt. Doch. Boah. Jetzt kriegen wir ja langsam Fahrt rein. Haufen neue Leute. Aber ich möchte jetzt erst einmal den Arm fahren. Ich möchte jetzt erst einmal ein Polizeiauto holen. Wir haben ja auf der Seite noch ein paar Mais gesuchte. Und da würde ich mir gern ein paar jetzt von holen. So als kleines. Lass mich durchdenken. Oh Leute. Ich komme hier gerade so wichtig vor. Das glaubt ihr gar nicht. So. Yo Money. Ich habe eine Sache am Laufen. Komm bei meiner Hütte vorbei. Ich habe Arbeit für dich. Dollar Dollar Dollar. Oh Gott. Noch so einer wie Pussy oder was? So. Jetzt kommst du doch mal bitte mit. Wir fahren mal erstmal ein Stück von der Polizei weg. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Muss reichen. Bleib stehen. Wo willst du denn hin? So. Zwei Auftraggeber haben wir gerade. Alles klar. Also Missionstechnik sind wir erstmal gut dabei. So. Die meistgesuchten. Die meisten haben wir ja auch schon. Fehl Nummer 4. Ein Kreditkartenbetrüger. Den holen wir uns. Entschuldigung. Ich schlag schon mal das Fenster. Ach ja. Das Fenster ist ja kaputt. Sonst wäre ich ja nicht im Auto. Ich bin ein schlauer Fuchs. Ja im Moment haben wir hier nämlich auch keine Mission mehr. Und deshalb dachte ich mir. Können wir hier auch die meistgesuchten weg machen. Dann sind wir. Nebenmissionstechnik von der Polizei hier drüben erstmal fertig. Ich weiß auch nicht ob ich alle Nebenmissionen mache. Aber solange ich Lust dran habe. Warum nicht ne? Und was mir wirklich ein ganz wichtiges. Äh. Bedürfnis wäre. Dass ihr mir wirklich in den Kommentaren. Äh. Schreibt. Ob ihr wollt dass ich die Nebenmissionen mache oder nicht. Weil. Nicht dass ihr jetzt hier vorsitzt und sagt. Oh der macht schon wieder ne Nebenmission. Ich will das nicht. Also schreibt mir in den Kommentaren was ihr davon haltet. Ob das in Ordnung ist wenn ich hier Nebenmissionen mache. wenn ich sie machen möchte. Oder ob ihr mehr von der Story erleben wollt. Och was denn das für eine niedliche kleine Brücke. Äh. Ach ja stimmt. Ich hab ein Polizeiauto. Ha. Wo fahren wir denn hier hin? In den Stadtteilen. Es gibt noch ne Brücke. Alles klar. Alles klar. Die kenne ich. Hier ist gerne mal Stau. Oh. Entschuldigung. Einmal kurz die Taste gesucht zum Sirene anmachen. Und schon jemanden reingefahren. Hey. Das war nicht zufällig meine Tür. Die da gerade. Einen Abflug gemacht hat oder? Wenn doch. Dann nehm ich das persönlich. Stimmt. Ich hatte ja vergessen. Dass dieser Stadtteil hier zum ersten Stadtteil noch mit dazu gehört. Was solls. Was solls. Danke. Wieso hab ich keine Waffe? Jetzt hab ich auch noch die Polizei gegen mich. Die haben hier jede Menge Waffe und Geld liegen lassen. Das nehmen wir jetzt direkt alles mal mit. Warum auch nicht. Und zurück ins Auto. Das ging ja jetzt schön schnell. Da haben wir direkt noch einen hinterher. Meist gesuchte. Wen haben wir denn hier? Wegen Einbruch gesucht. Den krall ich mir. Wo darf's hingehen? Wir machen die schön der Liste nach. Jetzt würde ich denken geht's wieder zurück. Oder? Ja doch. Müsst ihr wieder zurückgehen. Wenn nicht, dann nicht. Aber es geht wieder zurück. Ich hatte recht. Mal wieder. Ich bin so ein Fuchs. Ich weiß genau wie der Hase läuft. Lobt mich in den Kommentaren. Lob preiset mich. Hehehe. Ah. Hilfe. Zu viel Gegenverkehr. Da. Hilfe. Das lief anders als gewollt. Macht mal Platz. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht wie weit ich fahren muss. Ich habe ja gar nicht auf der Karte geguckt. Lasst mich mal schauen. Oh. Wir müssen bis zum Flughafen. Alles klar. Alles klärchen. Von der Karte her kenne ich mich ja ein bisschen aus. Durch die Multiplayer Spiele die ich hier sehr gerne mache mit GTA 4. Dadurch kenne ich mich map-technisch ein wenig aus. Ist nicht so, dass ich sagen würde, beschreibt mir einen Ort und ich finde ihn. Aber. Es reicht. Ah. Ah. Ach komm. Du bist jetzt nicht daran gestorben oder was hast du für ein schwaches Genick. Ist dir eine lose Bodenplatte in den Nacken gerutscht oder was. Und ich bin mal wieder wie im Reingefahren. Also lange überlebt ein Polizeiauto so nicht. Das gibt es doch nicht. Wieso sterbt ihr denn alle direkt? Sitze ich in einem Panzer oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. So Leute. Wir sind am Flughafen. Die Scheibe ist bereits kaputt. Und ich bin bereit für die Mission. Wo ist der oder die bösen Bube oder Buben? Bube 1. Bube 2. So schnell kann es gehen. So und solange der noch lebt, da können wir auch direkt den nächsten holen. Einen Drogendealer. Mit nem Goldzahn. Können wir nicht einfach einen Rückweg nehmen? Zack. Ich brauche ein neues Polizeiauto. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Bitte verhaftet mich nicht. Hört auf zu schießen. Ich brauchte doch nur ein neues Auto. Danke. So begib dich zum Aufenthaltsort der Zielperson. Geht klar. Wir nehmen hier mal wieder schöne Abkürzungen. So. Ich brauche einen Weg, Leute. Ausfahrt nehmen oder nicht? Ausfahrt nehmen oder nicht? Ausfahrt nehmen. Ich würde sagen, wir machen einen etwas längeren Part hier draus. Und dann machen wir diese letzten beiden meistgesuchten Personen hier in der Stadt noch. Dann sind wir mit der ersten Liste durch. Dann ist der erste Stadtteil gesäubert. I believe I can fly. Huch. Da bin ich doch wohl angeeckt. Boah. Drei Sterne habe ich abkassiert dafür. Aber die bin ich jetzt auch gleich wieder los. Aber nicht lange. Oh Gott, sind das viele Zielpersonen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und die wissen auch schon Bescheid. Ich sehe deinen Kopf nicht. Oh. Nix Game Over. Game Over für dich. So, ein noch. Komm. Ah, doch nicht noch einen. Da unten ist auch noch einer. Okay, mein Freund. Dich freue ich eigentlich aus. Für dich. Wohl bekommst. Zeig deinen Kopf, mein Freund. Zeig deinen Kopf. Dann ist der weg. Da, blöde Mauer. Du musst deinen Kopf zeigen. Mit der Hand ist das nicht so gut. Ich treffe dich so nicht. Zeig deinen Schädel jetzt. Jetzt reicht's mir. Von hier aus sollte ich doch besser treffen können. Zack. Und nun, mein Freund, erhebe dich. Zack. Feierabend. Haben wir gut gemacht. Wir sind gute Cops. So, was haben wir denn hier für schöne Waffen? Nehmen wir mit. Geld haben die keins liegen lassen. Die Schweine. Aber Geld ist auch nicht alles. Wenigstens haben wir gut Munition bekommen. So, und jetzt fehlt uns nur noch einer. Und den holen wir uns jetzt auch noch. Bip, bip, bip. Polizeiakten. Nein, Maisgesuchte. So, Freddy. Paparo. Schwerer Autodiebstahl. Los geht's. Holen wir uns den letzten, dann sind wir mit der ersten Liste durch. Finde ich gut. Komm, für den letzten machen wir auch mal schön das Polizeigedudel an. Müssen wir jetzt wieder rüber, oder was? Ah, Hilfe! Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, ja. Hat doch gut geklappt. Ein Licht ist noch heil geblieben. Ich sehe aus wie ein Weihnachtsauto. Rudolf, der rote Bulne. Ach ne, die sind hier. Er erledigt. Wunderbar, wir sind fertig mit der Liste. Besonderes geschieht jetzt nicht. Wir sind einfach durch mit der Liste. Und ich würde sagen, wir sind auch durch mit dem Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr Hilfspolizisten. Ja, wir sind ein Pf AJ. Und wir sagen uns beim nächsten Mal. belly